Der neue Neoplan Skyliner setzt eine mehr als 40-jährige Erfolgsgeschichte fort und markiert die Spitzenklasse im modernen Busbau. Wir wollen Ihnen dieses Fahrzeug hier im Detail vorstellen. Die Außenhaut des Doppeldeckers ist vom markanten Neoplan Sharp Cut Design geprägt. Klare Schnitte, scharfe Kanten, keine überflüssigen Pfunde. Das innovative Skylights-Konzept mit großflächigen Fensterbereichen macht dieses Fahrzeug so außergewöhnlich. Die weiter verbesserte Aerodynamik drückt sich in einem CW-Bestwert von 0,41 aus und spart im Autobahnbetrieb bis zu 5% Kraftstoff ein. Unter dem Blechkleid sorgt ein verstärktes Stahlrohrgerippe mit Ringspanten und Überrollbügeln für maximale Stabilität und Sicherheit. Die KTL-Beschichtung wiederum für den optimalen Korrosionsschutz. Das neue Modell ist in jeder Hinsicht auf die maximale Kapazität ausgelegt. Mit rund 14 Metern Länge, vollen 4 Metern Höhe und einem Kofferraum von ca. 11 Kubikmetern können bis zu 83 Fahrgäste komfortabel auf zwei Ebenen untergebracht werden. Im stufenlos begehbaren Unterdeck mit einer Stehhöhe von 1,81 Meter befinden sich der Bistro-Bereich mit Tischen, die große Stehküche sowie eine ebenerdige Toilette. Über zwei breite und helle Aufstiege geht es zum Oberdeck. Hier ist die Ruhezone des Reisewagens untergebracht, die zum Entspannen und Erleben der Aussicht einlädt. Diese ist nicht nur in der ersten Reihe dank innovativem Skylights-Konzept mit Dachrandverglasung und durchgehendem Glasdach exzellent zu nennen. Der im Heck befindliche Kofferraum, fast rund 11 Kubikmeter Gepäck, ist optimal von beiden Seiten zu beladen und zudem von innen zugänglich. Auch der Antrieb des Skyliner setzt neue Maßstäbe in seiner Klasse und entlässt mit voller Ausladung weniger als 15 Gramm CO2 pro Person und Kilometer. Für souveränes Fortkommen sorgt der effiziente 12,4 Liter große MAN D26 Common Rail Motor mit 505 PS, der 2300 Newtonmeter an maximalem Drehmoment auf die Antriebsachse weitergibt. Vorne ist eine überarbeitete und komfortable Einzelradaufhängung verbaut. Für beste Wendigkeit sorgt zudem die elektrohydraulisch gelenkte Nachlaufachse. Als Neuheit wird im Skyliner erstmals mit CDS das aktiv gesteuerte Fahrwerk von Neoplan eingesetzt. Es reagiert blitzschnell auf Belastungs- und Fahrzustand und erhöht Komfort sowie Sicherheit des Busses. Alle modernen Sicherheitssysteme wie Abstandsradar ACC und Spurassistent LGS sorgen für ein Maximum an Sicherheit für Fahrer und Passagiere. Neu ist auch die Dual-Zone-Klimaanlage, die mit 56 Kilowatt besonders leistungsstark ist. Die kräftige Heckeinheit ist nun nur noch für das getrennt regelbare Oberdeck zuständig. Separate Verdampfeinheiten sorgen im Unterdeck für kühle Köpfe. Die Luft wird den Passagieren zugfrei durch Neoplan-typische Walzendüsen zur Verfügung gestellt. Nicht zuletzt wird der moderne Fahrerarbeitsplatz mit Multifunktionslenkrad separat klimatisiert. Mit diesem neuen Doppeldecker-Konzept, das aus Highlights gebaut ist, stößt die Marke Neoplan wiederum weit ins Premium-Segment vor und fasziniert seine Kunden immer aufs Neue. Untertitelung des ZDF für funk, 2017